Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Ach, nicht schon wieder ein Ankündigungsvideo. Doch, aber nur ein ganz ganz kleines und heute Abend wird es auf jeden Fall Gameplays geben. Weil ich habe es endlich hier gekriegt meine HD-PVR anzuschließen. Mehr dazu gibt es nachher im Gameplay. Da ist so einiges passiert, kann ich euch sagen. Und das Teil, was ich jetzt mal starten werde hier im Hintergrund, das ist ein Intro. So, und da ist die Frage an euch, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Ist sowas zum Beispiel vor Tutorials erwünscht oder eher nicht? Es soll jetzt nicht vor jede einzelne Episode kommen, es soll nur zum Beispiel vor Tutorials, vor Ankündigungen zum Beispiel. Also nur für so, ja, was nichts mit Gameplay zu tun hat, sagen wir mal so. Steht ihr auch sowas oder ist es eher abtörend, würde ich es mal nennen? Schreibt mal dazu was in die Kommentare. Und auf jeden Fall an alle für heute Abend, guckt euch das Gameplay an von FIFA. Auch wenn ihr kein FIFA mögt oder sonst was, da gibt es saumäßig viele Infos, was noch alles passieren wird und was heute Abend passieren wird. Und ich kann euch sagen, auch wenn ihr kein FIFA mögt, ihr, ja, ihr könnt mich ziemlich failen sehen. Das ist auf jeden Fall noch keine Aussage über das Ergebnis. Also das heißt nicht, dass ich verloren habe, aber guckt es euch an. Das ist wirklich das erste Video, wo ich kommentiere und dabei zocke. Und oh, 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 oh. Ich hätte es mir nicht so schwer vorgestellt, muss ich sagen. Es ist wirklich was anderes, wenn man über bestimmte Themen redet und nebenbei ein bisschen zockt. Weil eigentlich bin ich ziemlich vertieft in mein Spiel. Und guckt mir den Gegner an, guckt genau was ich mache, guckt die Laufwege an. Und oh, schaut es euch auf jeden Fall an, es ist wirklich witzig. Und freut euch auf die Gameplays, ich bin gerade am Rendern, dann wird es sofort hochgeladen, das FIFA Gameplay. Und dann habt ihr das hoffentlich früh genug heute Abend noch. Aber muss klappen, muss klappen. Und vergesst nicht, schreibt in die Kommentare, wie das jetzt hier mit dem Intro aussieht. Wenn es euch nicht gefällt, beziehungsweise wenn euch allgemein Intros nicht gefallen, ist es gar kein Problem. Bleibt es draußen, fertig. Das war jetzt auch keine Arbeit oder so, also es ist wirklich kein Ding. So, das war es von mir. Guckt euch auf jeden Fall heute Abend das Video an. Macht's gut, ciao.